Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Sarabi statt Mufasa gestorben wäre. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder MyPride interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Außerdem möchte ich mich bei euch bedanken. Die letzte Folge MyPride kam bei euch super gut an. Wir waren über 100 Zuschauer bei der Premiere. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. In den nächsten Videos sage ich euch dann, wann genau Folge 5 auf Deutsch erscheinen wird. Und ich hoffe, ihr seid genauso gehypt drauf wie ich. So, aber genug davon und starten wir los mit dem heutigen Video. Wir alle kennen diese dramatische Szene aus dem Film. Mufasa versucht sich mit aller Kraft aus der Schlucht zu retten. Er klettert eine steile Felswand hinauf. Oben wartet sein Bruder Scar auf ihn. Doch statt ihm zu helfen, wirft er ihn mit den Worten Lang lebe der König zurück in die Schlucht und tötet ihn. Doch was wäre passiert, wenn an diesem Tag nicht Mufasa, sondern Sarabi gestorben wäre? Für diese Theorie müssen wir einige Szenarien umbauen. Denn eigentlich war es Gars Plan, Mufasa und nicht Sarabi zu töten. Im Remake hätte das möglicherweise gar nicht gut klappen können. Immerhin wollte Scar ja, dass Sarabi seine Königin wird. In dem Fall wäre es etwas fraglich, ob er sie dann sterben lassen würde. Aber für unsere auf dem Zeichentrick Film basierende Theorie gehen wir einfach davon aus, dass sich Scar auf die Suche nach Mufasa macht, um ihm zu sagen, dass sein Sohn Simba in Gefahr ist. Allerdings kann ihn Mufasa in unserem Szenario nicht finden. Das würde seinen Plan zwar etwas durcheinander bringen, aber Simba könnte ja damit trotzdem noch töten, wenn Mufasa nicht kommen würde, um ihn zu retten. Doch dann taucht plötzlich Sarabi auf. Sie war zufälligerweise gerade in der Nähe und bekam die Situation mit. Sie lief an den Rand der Schlucht und suchte nach ihrem Sohn, den sie dann letztendlich finden konnte. Sie sprang in die Schlucht und versuchte ihm von dem Baumstamm, an dem er sich festklammerte, zu retten. Es würde hier vermutlich ziemlich gleich laufen wie bei Mufasa. Sie würde ihn retten können und an einen kleinen Felsversprung bringen können. Doch dann würde die riesige Herde Sarabi mitreißen. Und da sie, meiner Einschätzung nach, nicht so stark ist wie Mufasa, könnte sie eventuell hier schon von den Gnus zertrampelt und getötet worden sein. Sollte sie das jedoch überlebt haben, würde sie vermutlich versuchen, aus der Schlucht zu klettern. Genau wie Mufasa. Ska, der gerade in den Schauplatz gekommen war, beobachtete Sarabi und ihre Versuche, aus der Schlucht zu klettern. Er hat jetzt genau zwei Möglichkeiten. Er könnte sie verschonen und ihr aus der Schlucht helfen, da ihm ihr Tod nichts bringen würde. Oder er würde sie eiskalt töten. Naja, immerhin weiß er nicht, wie viel sie gesehen hat. Vielleicht hat sie mitbekommen, dass Ska Simba in die Schlucht gebracht hat. Und möglicherweise weiß sie jetzt auch, dass er Simba töten wollte. So entscheidet Ska sich in unserer Theorie dazu, Sarabi zu töten. Er würde zu ihr aber vermutlich nicht langliebender König oder so etwas sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er zu ihr sowas sagen würde wie Das ist nichts Persönliches, aber du weißt nun leider zu viel. Und dann würde er sie vermutlich wieder zurück in die Schlucht werfen. Ähnlich wie im Film hätte Simba hier gesehen, wie Sarabi zurück in die Schlucht fällt und wäre später zu ihr in die Schlucht gegangen. Ska wäre auch in die Schlucht gekommen und hätte ihm die Schuld am Tod von Sarabi gegeben. Also ähnlich wie im Originalfilm hätte er Simba hier auch verjagt. Tja, alles so weit so gut. Aber er hätte dann immer noch ein ziemlich großes Problem. Mufasa lebt noch. Und somit gibt es immer noch einen rechtmäßigen König. Ab hier gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie das Ganze weitergehen könnte. In unserer ersten Theorie gelingt es Ska, Mufasa mit einem anderen seiner Pläne zu töten. Allerdings würde das Ganze dann ziemlich ähnlich enden wie im Film. Mufasa und möglicherweise Sarabi erscheinen ihm in den Wolken und er erkennt seine wahre Bestimmung und kehrt zum Königsfelsen zurück. Hier in dieser Theorie käme allerdings noch dazu, dass Simba bis dato noch nicht mal wusste, dass Mufasa tot ist. Denn als er von Ska vertrieben wurde, lebte dieser noch. Simba würde zum Königsfelsen zurückkehren, Ska herausfordern und besiegen. Und damit hätten wir wieder unser Happy End. In unserer zweiten Theorie geht es für Simba allerdings nicht so gut aus. Hier gehen wir davon aus, dass es Ska nicht gelingt, Mufasa zu töten. Und der würde möglicherweise früher oder später, nach dem Verlust seiner Partnerin und seines Sohnes, eine neue Löwen kennenlernen. Sie würden dann wieder ein Kind bekommen und das würde zum Thronfolger werden. Vielleicht würde diese Löwe früher oder später dann auch mit Nala zusammenkommen. Tja, das würde dann aber nicht so gut laufen für Simba. Aber der würde sein Leben im Dschungel bei Timon und Pumbachillen und gar nicht mitbekommen, was da gerade so passiert. Aber was glaubt ihr? Könnte das Ganze so passieren? Oder habt ihr andere Theorien? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal! Ja, ganz herzlich herzliches dabei!